Anno 1800 Anno 1800 stellt eine Weiterentwicklung der Serie dar und bietet einige der beliebtesten Features aus vorherigen Anno-Teilen. Im neuesten Teil der Serie erbaust und eroberst du eine Welt endloser Möglichkeiten. Erlebe das 19. Jahrhundert und führe deine eigene industrielle Revolution an. Arbeiter und Bauern sind das Rückgrat deiner Insel und sie haben eine Menge Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Stelle sicher, dass sie ausreichend Nahrung und Kleidung haben, sie auch nicht zu überarbeitet sind, denn so wird deine Stadt florieren. Eine gesteigerte Attraktivität deiner Stadt hält deine Bürger bei Laune und zieht sogar Besucher an. Es wird jedoch stets ein Für und Wider zwischen der Attraktivität deiner Stadt und dem nötigen Fortschritt geben. In Zeitungen erfährst du, wie deine Entscheidungen bei deinen Bürgern aufgenommen werden. Negative Artikel kannst du stets zu Propagandazwecken manipulieren, aber das kann Konsequenzen haben. Während dein Imperium wächst, wachsen auch deine Allianzen und Handelsrouten. Das wird dich weit von deiner Startinsel entfernen und dich zu den atemberaubenden Küsten der neuen Welt bringen. Einmal dort angekommen wird die neue Welt eine wichtige Erweiterung deines Imperiums darstellen. Sie bietet Zugang zu neuen Ressourcen, die deinen Fortschritt ins nächste Jahrhundert beschleunigen. Doch je weiter du dich ausdehnst, desto schwieriger werden die Beziehungen mit anderen Persönlichkeiten. Du musst womöglich militärische Maßnahmen ergreifen, um dein Imperium zu erhalten. Anno 1800 Anno 1800 Anno 1800 Anno 18 Allianz